So willkommen zurück weiter geht's und Gegner ich höre sie aber ich sehe sie nicht Kommt der sache schon näher glaube ich noch schöner gleich mal speichern Ich habe irgendwie Angst dass sie mir gleich in den rücken schießen Sackgasse Sind die denn sind wir wieder drin oder so Ich bin ja auch vollkommen falsch da vielleicht lebt immer noch nicht doch frisst das kumpel es war wie klar jetzt treffer und tschüss Diese Waffe ist irgendwie cool gefällt mir Vor allem weil sie um die Ecke schießen kann und so sehr sehr praktisch Okay wieder aufgeladen Ich wollte eigentlich das Licht anmachen aber okay Solche Lichtschalter habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen Was die noch gibt Obwohl das Spiel ist ja eigentlich von 98 oder so Was ist das denn für ein geiles Auto Hat so ein bisschen was vom Leichenwagen Okay ich schätze wir gehen wieder raus und weiter Ich höre schon wieder irgendjemanden quatschen Da geht es aber nicht weiter Da ging es auch nicht weiter Nope Fehlanzeige Ne 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 Mach dir lieber die Tür auf Ich dachte das wäre vielleicht ein Schalter den ich Benutzen könnte Der fühlt sich gerade wie Dirty Harry Ah hier vielleicht Ah hier wir gehen Alles Klärchen Oh Jackson Was ist mit dem los Das sind Zwillinge Ich laufe einfach mal An den Regalen entlang Alles was ich gebrauchen könnte sammle ich dann automatisch ein Sehr schön Sehr schön Also ich bin ausgerüstet Kommst mit Hallo You must be the guy the other scientists been talking about Yes You sure piss them soldiers off something fierce I'm gonna stick around here See if I can't round up a posse with my radio No way am I letting all that gear go to waste Okay sehr gut Der chillt eine Runde oder hinten geht es weiter Das ist klar Hey ja Thanks again for the backup back there You saved my bacon Sure enough I don't know if you want to put it Make sure you're stocked up I don't think it's getting any easier from here Help yourself to what you can Good luck partner Okay der kommt nicht mit Rechtsklick kann ich auch irgendwas machen Na du schießt einfach nur gerade Ups sorry Du schießt dahin wo ich hinziele anscheinend Ich probiere jetzt auch nochmal die Knarre hier aus Wo ist er denn? Hä? Ist die da? Ah ja ist die da Okay Aber die habe ich noch nicht wirklich viel benutzt Ich probiere jetzt einfach nochmal aus Aber ich bin von der nicht so überzeugt irgendwie So Hallo Ah Hat es wieder so ein Jump'n'Run einlager Ups Tür geht wahrscheinlich nicht auf Noob Schauen wir doch mal hier rein Start das Ding mal auf Komm jetzt will ich auch jemanden damit wegpusten Au Jetzt habe ich nur mich damit weggepustet So Oh ich gebe ich es Hm Und jetzt Soll ich da runter oder was? Nee bitte nicht Äh Da bin ich hergekommen Korrekt Da ging es runter oder? Ja Okay Speichern wir nochmal Und runter da Ist da vielleicht wieder irgendjemand auf dem Klo? Nee diesmal nicht Kann ich aufmachen? Nee auch nicht Alles klar Hilfe Die erschrecken mich immer voll Und tschüss Also dann habe ich sie auch fast so schnell mit der Glocke killt Wie mit der Ein bisschen enttäuschend Aber so eine One-Shot-Waffe wäre halt auch ein bisschen krass Muss ich überhaupt hier lang? Ich schätze schon Sieht irgendwie so aus Äh Muss man da hoch zu kommen Boah das war knapp Speichern wir nochmal Sackgasse Ich muss wahrscheinlich da runter Office Safety Noch weiter runter Alles klar Ich speichere nochmal Hübs Au Au Ach die Viecher wieder Sehr schön Knarr ist gleich leer Dann nehme ich mal wieder diese Komische da Wenn die andere alles Wo 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 Ich schieße aber Woher schießt es denn? Ah da hinten ist er Ich habe gar nicht gecheckt Aua Was war das? Ball einfach mal dahin Da sind glaube ich ziemlich viele Also ich glaube ich Ich muss ein bisschen Oh ne jetzt muss ich auch noch nachladen Ich kann irgendwo Deckung gehen Plätze 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 Der ist nicht drauf gegangen Jetzt aber Noch jemand? Oh jetzt kommen diese Kackviecher wieder Wie ich sie hasse Scheiße Hier geht die Post ab Oh komm schon Naja das wollte ich eigentlich nicht Ich habe ja auch noch die Granaten Sehr schön Die sind cool Und tschüss Oh noch mehr Spawn die jetzt die ganze Zeit oder was? Hier ist noch Health und sowas Ich kann auch versuchen den abzuschießen Das wäre ne Idee Oh das geht wirklich Kaboom Oh ich habe keine Granaten mehr Schade Das war recht doch Jetzt kommen noch mehr Ich muss das Ding abschießen Sonst kommen da immer mehr Ah komm schon Sehr schön Sehr sehr schön Du gehst down mein Freund Scheiße Nicht mehr viel Energie Komm da sind noch mehr Jetzt wird es knapp mit der Energie Das erste Mal glaube ich so richtig Deswegen speichere ich jetzt auch nicht Ich muss nicht zu wenig Energie haben Um weiter zu kommen Wenn es wieder so eine Horde kommt Von Leuten dann Ah Health geht's sehr schön Ich nehme mal wieder was Für nahe Distanz Und ich muss jetzt wahrscheinlich Jetzt da runter oder? Ich nehme mal die Glocken So Oh Gott Ich trau mich noch nicht zu speichern Ich will erst noch mehr Energie haben Oh Gott Ja das hat der denn noch für ein Ding Ein Penis mit noch der Brust Mit einer Hand oder sowas Strange First Aid Ja was schon mal First Aid Station Ja schon richtig Here we go Sehr schön Sehr sehr schön Da freue ich mich doch Ganz aufladen reicht's nicht Aber immerhin 75% Ich gucke noch mal kurz da raus Aber das ist der einzigste Weg Oh Gott was passiert denn jetzt hier Alter guckt euch diese Raketen an Tschüss Tank Was Manuell Achso ich muss manuell nachladen Alles klar Jetzt verstehe ich das Sonst muss ich wieder eine Rakete nehmen Interessant Ne komm Jetzt lade ich noch mal Zu viel Energie verschwendet Oh Mann Die speichern noch mal da oben Bevor mir das noch mal passiert Ich lege die mal schon mal hier hin So Sonst nicht wieder auf den Boden zielen Treffer Rein damit Und Nein Nicht auf den Boden zielen Treffer Das geht's Und tschüss Noch mehr Oder War's das Ich lade nochmal was rein Aber ich denke das war's Oh Sieht so aus Alles klar Tür ist tot Ah darüber Weichern wir nochmal Äh nee Das war irgendwie Total Banane Da komm ich ja her Eine Waffe Brauche ich aber nicht Okay Ich check's nicht so ganz Äh Das ist eine Überwachungskamera Die hat's gerade bewegt Okay Ähm Ja Ich schau nochmal runter Guck mal was übersehen Vielleicht Kein Plan Da ist zu Das sieht man ja schon Die Türen Die Türen die verschlossen sind Sehen immer anders aus Auch zu Ich kann nochmal da hochschauen Aber Auch zu Was zum Geier ist das denn Was ist denn hier passiert Achso das ist das Flugzeug Oder Flugzeug gewesen Achso ich verstehe ja Ich kann jetzt da rein Wo der Tank raus ist Alles klar Das lädt's wahrscheinlich gleich Hä Kommen wir hier nicht her irgendwie Kommt mir irgendwie so bekannt vor Na naja Wir sind auch immer noch nicht in diesem Komplex Wo ich eigentlich hin will Aber egal 15 Minuten sind schon wieder um Ich sag danke fürs Zuschauen Wir sehen uns im nächsten Part Bis dahin Bis dahin Bis dahin